Beim Zellaufbau kann man zunächst einen Zellleib, das Zytoplasma, vom Zellkern, dem Nukleus, trennen. Zum Zellleib gehören die Zellmembran, das Grundplasma, die Zellorganellen und die Zelleinschlüsse. Der Zellkern unterteilt sich in Kernhülle und Karyoplasma. Das Karyoplasma baut sich aus Nukleoplasma, Chromatin und einem oder mehreren Nukleolen-Kernkörperchen auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017